Hallo, ich bin doof. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das nicht mehr ganz so verlorene Tal. Hm, okay. Ähm, wir haben, was haben wir denn getan? Wir haben, ich hab's nämlich wieder ziemlich überzogen letzte Folge, ich hab's doch wieder ein bisschen übertrieben, glaub ich. Ähm, aber wir haben jetzt unser größeres Haus, haben fast 100% mit Lukas und können jetzt noch ein Tischchen und ein Bettchen bauen und dann wird's langsam mal so Richtung Hochzeit gehen. Und, na, vielleicht kriegt man auch noch ein Kind, das wär eigentlich auch noch ganz nice. Das könnte ich auch noch im Let's Play machen. Und die beiden Magier battlen die sich dann wieder total. Ich seh das hier grad so. Gucken wir mal kurz vorbei. Wir haben ja mal eine Idee. Wo sind sie denn? Die kleinen Lümmel. Und wenn man den herraten könnte, wäre es auch cool. Geburtstag? Ach ja, der ist heute, stimmt. Oh, natürlich, nur eine reine Formalität. Um die Lebensjahre zu zählen, kein logischer Grund zum Feiern. Aber, lass mich nachdenken. Warum hat man eigentlich den Geburtstag ein skurriler Brauch? Das bedarf weiterer Studien. Eigentlich eine gute Frage, ne? Ich meine, ja, okay. Man wird halt da an dem Tag geboren. Das ist quasi von einem der Tag des Jahres, so. Aber warum eigentlich? Am Ende ist es ja scheißegal. Man könnte auch sagen, okay, bin jetzt ein Jahr älter. Fertig. Vielleicht ist es einfach so, wenn es nicht der Geburtstag wäre, wäre es vielleicht der Namestag, der von einem dann gefeiert wird oder so. Wo man dann im Mittelpunkt steht. Weil irgendwie so ein Tag im Jahr, wo man mal so ein bisschen wichtig ist, ist doch auch mal was Schönes, oder? Außer der eigene Vater vergisst einfach, in der Schule abzuholen. Ja. Es gibt Schlimmeres. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, ich könnte mal diese kleine Anekdote erzählen. Oh, das ist wohl verrauchig. Ich hatte meine Freundin und die wurde, also da war ich schon selber noch sehr jung und die wurde eingeschult. Und ich war, glaube ich, schon dann in der zweiten Klasse. Ich war, glaube ich, ein Jahr älter als sie. Und das ist halt bei der Einschulung, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist bei der Einschulung, aber das ist ja normalerweise dann so, dass man dann das Kind zur Schule gibt, also schon so in die Klassen steckt. Und dann gehen die da mit dem Lehrer rein und die Lehrer erzählen dann so, wie das dann abläuft den kleinen Kindern und geben dann so ein paar Stifte und Spielzeug und so und ein paar Mützen oder was weiß ich halt so für kleine Kinder. Also eine kleine Einführungsveranstaltung. Und während das ist, gehen die Familien nach Hause, trinken kurz Kaffee, holen die Zuckertüte und holen dann die Kinder ab. Und dann wird dann zu Hause gefeiert. Also so war das bei uns oder ist das bei uns jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Bundesländern anders gefeiert wird oder so. Auf jeden Fall haben wir halt meine Freundin, also die Familie von der Freundin und ich war halt eben dann dabei, haben wir die dann in der Schule abgegeben. Wir sind nach Hause gefahren, haben Kaffee getrunken und haben die Zeit vergessen. Und dann kam und ich und eine andere Freundin, von der die hatte Einschulung hatten, haben bei der im Zimmer gespielt, auf einmal kommt die Mutter reingestürmt. Wir haben Helena vergessen, so hieß die. Und dann ist die gesamte Familie plus wir sind dann zur Schule losgestürmt. Und alle Kinder waren schon weg. Alle hatten schon ihre Zuckertüten gehabt, haben die ganzen Fotos von der neuen Klasse gemacht. Und hier und da, da kommen halt eben dann die Eltern. Dann werden dann schon so erst Klassenfotos gemacht, wo alle ihre Zuckertüte halten und so eine Scheiße. Und sie saß alleine ohne Zuckertüte. Alle anderen waren schon weg, total verheult. Noch ein, zwei Lehrer oder Hortner waren da, die sie getröstet haben. Und, oh, das war voll schlimm. Oh, das tut einen dann irgendwie, also das war schon heftig. Ich meine, jetzt haben wir sie ja noch nicht aus Boswilligkeit gemacht oder so. Natürlich nicht, aber das ist schon sehr traurig, wenn sowas passiert. Ich meine, insofern auch sowas wie die Einschulung, das ist ja schon so einer der wichtigsten Tage im Leben von jemandem. Also, ich weiß nicht, sowas wie die Einschulung, die eigene Geburt, der 18. Geburtstag, die Hochzeit, die eigene Beerdigung vielleicht. Das sind halt eben so wichtige Ereignisse oder der Schulabschluss oder der Abschlussball oder so. Das sind halt eben so, denke ich mal, schon so sehr wichtige Ereignisse, die man im Leben hat. Und dann halt das so zu verkacken, das ist schon traurig. Ich hatte ja zwei Abschlussfeiern gehabt. Ich habe ja Realschule gemacht und danach Abitur nachgeholt. Ich muss aber sagen, die Abschlussfeier von der Realschule war wesentlich besser als die vom Gymnasium, also vom Abitur. Die war irgendwie lieblicher organisiert. Und da waren auch die Lehrer irgendwie viel mehr mit dabei. Und das war irgendwie alles viel besser, viel wärmer und herzlicher auch. Aber ich war auch auf so einer besonderen Schule, wo auch sowas sehr viel Wert gelegt wurde. Beim Abi war das dann nicht mehr so. Aber war trotzdem schon gut. Da zähl ich euch wieder irgendwelches Zeug, tut mir leid. Ähm, ja. Ich weiß noch, ja genau, beim Abi, da wollten sie ja noch nach einer Feier, nach einer Party machen gehen. Und wollten sich noch umziehen. Also nach der Abschlussfeier, nach dem Abi-Ball quasi, dann noch irgendwie in die Stadt Party machen gehen. In irgendwelche Clubs. Und dann haben sie gefragt, ob ich mitkommen will. Aber nee. Ich bin nicht so der Mensch, der abends ausgeht. Und dann so laute Musik. Und dann was trinkt. Und dann irgendwelche anderen Leute kennenlernen. Und ich gehe dann lieber nach Hause und zack noch eine runter. Oder gehe ich schlafen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Jungsein verpasst in meinem Leben, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt so schlimm sein muss. Hab ich nicht schon gemolken? Ich bin hier so im, ich bin gerade so im Selbstdialog. Im Monolog quasi. Dass ich hier irgendwie gerade alles vergesse. Na gut, alles klar. Dann habe ich mich halt schon um euch gekümmert. Na gut. Ähm, gut. Auch schön, dass ich so lange hier abbeichen kann und irgendwelche Scheiße erzähle. Ähm. Ähm. Ach ja, wieder Montag. Äh. Und heute ist auch niemand da, der mir weiterhilft. Gut, dann frage ich trotzdem mal, Tui aber hilft. Beim Gießen ist zwar nicht viel, aber es geht halt eben auch zum Teil um die Freundschaftspunkte. Dass ich ihnen dann anquatsche. Und ihr wisst schon, so das Ganze halt so. Drumherum. Gut. Ich muss mich mal an das Hinsetzen hier. Oh, 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 oh. Ähm. Boah, Tui, das ist schon so ein Fall für sich. Schon schlimm, sowas. Gut. Gut. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Super. Hat mir weniger Probleme. Bei Flinten muss man immer hier quellische Gegend jagen. Muss man immer hat. Aber Tui, der macht das schon ganz gut. Guck, schon alles gegossen. Dankeschön. Was? All das nur, weil ich immer gegossen habe. So sieht's aus. Ähm. Genau. Was? Ich hatte auch schon gegossen. Wow, Tui, du bist eine richtig coole Sau. Oder ist das noch von gestern? So genau weiß es gerade niemand. Ähm. Gut, dann habe ich jetzt hier soweit erstmal alles. Protus ist heute nicht da. Ja, also werden wir uns hier wieder dieser wunderbaren Ecke widmen. Wo ich das hier so ein bisschen, wisst ihr? Das auf jeden Fall hier einmal durchbauen. Das hat schon so ein bisschen, äh, aber nur ein bisschen. Nicht zu viel. Ein bisschen Priorität. Gut, dann grabe ich mir die obere Schicht schon mal weg. Hm. Das mache ich dann vielleicht noch sowohl nachträglich. Ob wir erstmal das, ups, dass das Wasser von A nach B gelangt. Fände ich ganz cool. Das ist so fliegende Schatten hier immer. Hier fliegt irgendwie ein Adlerbaumkreis. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie so hochbauen kann, dass man auch den Adler irgendwie ansprechen kann, dass er auch zahm wird oder so. Ich weiß nicht. Ist dann bestimmt so voll das krasse Feature, was nur wenige entdeckt haben. Aber ich habe keinen Bock, das jetzt auch noch zu entdecken. Und das drauf anzulegen, da irgendwie was rauszufinden. Ich meine, ich bin ja hier auch voll ausgelastet mit meinem Spaß. Ah! So. Wenn man möglicher Wasserfall erstmal so durchgeht. Ich könnte auch erstmal das Eins hinten lang fließen können. Hier sieht man auch drunter. Wobei, ne, warte mal. Ich kann ja mal auf Spaß Schneeschaufeln machen. Ja, ist auch so alles hier braun. Also, nicht bewässert. Was sehr schade ist. Tasche ist voll. Wurde eingelagert. Na, ganz toll. Vielleicht auch nicht zu weit graben. Nicht, dass es nicht zu tief geht. Äh, manchmal muss ich auch gucken, dass ich... Ich kann auch gleich hier noch auffüllen dann, ne. Ähm, auffüllen. Wenn ich das hier gerade 99 voll hab, dass ich das quasi umstrukturiere und das hier hinter tue. Wenn ich das dann irgendwann alles voll ist und ich dann keine Erde mal lagern kann und die dann weggeworfen wird. Das wäre natürlich auch schade. Weil ich will ungern Ressourcen einfach so verschwenden. Wenn dann wir nächstens die Erde verkaufen, dass ich auch so noch was davon hab. Ja, hier geht es ja noch ganz runter. Ach Gottchen, das kann ja noch werden, ne. Aber ich freu mich trotzdem auf den Frühling, wenn man das... Oder auf den Sommer, wann auch immer, wenn das alles dann hier grün ist und so schön angelegt aussieht. Das stelle ich mir dann schon ganz schick vor eigentlich. Aber man muss halt eben schon sehr viel an Arbeit hineinstecken. Ah. So, und ich freu mich schon darauf, jetzt, wenn ich schon eine Fatsch aufgenommen habe. Dann werde ich erstmal alles dann in die Ränderwarteschlange stopfen und dann so lange dann mal gucken, ob ich irgendwo die Animal Crossing Happy Hope Designer Sammelkarten kriege. Ich überlege, ob ich noch Buches frage, ob er mitkommt. Vielleicht frage ich ihn noch nicht. Mal gucken. Ähm. So. Oh. Vor allen Dingen jetzt auch schon wieder nur noch 67, ne. Also man verbaut auch sehr schnell die Erde. Da denkt man gar nicht, dass es so flott geht. So. Ja, genau. Das sollte richtig sein. Ich meine, man sieht auch unten immer an einem Leuchten, wo man es hinhaut. Aber trotzdem verdrücke ich mich da manchmal doch noch mal. So. Gut. Jetzt kann ich ja wieder mal ein bisschen weiter buddeln. Hier so. Ach, ich bin froh, dass es wenigstens Erde ist, ne. Weil Stein, das haust du weg. Das dauert übelst lange, bis es uns weggehauen hat. Das schlägt man ja dreimal drauf. Hier macht man nur noch. Dann ist es schon weg. Und dann kann man den Stein ja nicht wieder neu platzieren anscheinend. Also wenn es fast jetzt gehen sollte. Belehrt mich an das Bessere kommen. Aber bis jetzt habe ich immer nur gesehen, dass man Erde hier wieder hinbauen kann. Das war klar. Mist. Ich kann ja so. Ich kann hier schon so ein bisschen runterbauen. Yeah. Voll krass, wie ich das mache, oder? Schon fast bei der 1. Okay. Gut, aber trotzdem sage ich dann jetzt schon mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you made the blade. Hi, Tavis Moon und dann ist ich mein ganzes Verloch an der Tal. Und bald heiraten wir. Und ich muss halt gucken, dass ich morgen, dass morgen vielleicht Pono da ist. Und ich muss auch gucken, wie viel mit Trill ich habe. Okay. Ciao.